Also ich hatte Nils und Patrick im Verdacht und Patrick hat Steven getötet, da war es mir klar gewesen. Weil Nils und Robert, die sind ständig zusammengelaufen. Alles okay. Ja, das fand ich auch nicht blöd. Kann niemanden töten, weil die irgendwie... Ist es nur unbedingt gemein oder ist es deine zweite Runde und du warst schon wieder tot? Äh, ja. Dass Nils und ich zusammengelaufen sind, das war zu 50% immer Zufall. Ja. Aber Elis, sie ist positiv. Sobald du selber impasto bist, kannst du nicht rächen. Richtig. Ich hab zwar Angst, es zu werden. Ich kann es schlecht lügen. Ich hab's schon mal geschafft, mit der Wahrheit trotzdem durchzukommen und zu gewinnen. Du hast ja auch schon mal einmal den Sassen umgeleitet, ganz erfolgreich. Ja, sag ich doch. Ja, ich bin da ganz, ganz katastrophal. Noch ne Runde? Klar doch. Gerne. Ja. Na, mal gucken, wer jetzt im Po ist. Ja. Käse Mann! Käse Frau! Na toll. Jetzt bin ich das. Hallo Nils, Hass. Ich warte lieber noch ein bisschen. Nein, das mache ich nicht. Ich guck mal, wo hier was wär. Ja. Hier zum Beispiel. Wenn hier irgendjemand kommen könne. Weg mit dem Strom. Schließen zusammen. Wow. Klatsch. Nein! Warte! Was? Robert ist tot? Nein! Wo lag er? Wo lag er? Electrical, und ich habe da gerade jemanden mit etwas auf dem Kopf an mir vorbeilaufen sehen. Das ist doof, weil wir haben, es sind drei, zwei Leute, die was auf dem Kopf. Ich zeig mal so etwas Eckiges. Etwas Käse? Nils? 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 Du und Robert. Ihr wart bei Reaktor. Aber wir haben beide Safety Simon Says Task gemacht. Ja genau, ja. Aber Nils kam mir auch schon so ein bisschen versächtig vor, weil da ist auf einmal gestoppt. Ich kam aus MatBay raus, da kam so ganz kurz in MatBay rein und so wieder rausgegangen. War da schon ein bisschen so... Ich hab mal Body gescannt. Mehr habe ich nicht getan. Weil ich habe mir schon gedacht, wenn die Lichter ausgehen, okay, irgendjemand wird jetzt sterben. Ja. Also bin ich natürlich aus blauem Dunst einfach mal nach Electrical und ja, hä? Da lag jemand. Robert hat safe das Licht angemacht. Nils hat nicht schnell genug reagiert, hat Robert getötet und Nils ist dann hoch und Dennis hat ihn noch im Augenwinkel gesehen. So gehe ich davon aus. Es tut mir echt leid, du Opfer, ey. Nils? Was ist? Du musst noch voten. Ich weiß. Worte für dich. Ich will wissen, was passiert. Als ob ich... Ich bin dead. Ja, jetzt bin ich wieder sass oder was, ey. Typisch. Bye-bye. Ey. Ey. Ey, ich hörste es so in der Hämmer. Blöd gelaufen. Das war ne schneller Runde. Nur weil du so ein Politiken-Kostüm an hast, ey. Elli ist rot. Nee. Elli, darf ich mein Rot wieder haben? Da gehst du an den Laptop und klickst auf Customize. Das siehst du unten rechts. Ah cool, man kann ja was anziehen. Da bist du nicht mehr so nackig. Du musst nackig rumrennen. Ich bin Poliz. Du kannst rot stellen, ich will mein Blau wieder haben, danke. Warte, ich will auch noch was Neues anziehen. Ich will was dunkelbuntes haben. Ah, danke. Mein Dunkelkund ist wieder da. Ich will ein Zirkuspferd sein. Was? Was willst du? Oh, ist der Große, ey. Bei mir hat sie keiner Angst, sie hat bloß ne Blumen auf dem Kopf. Das ist doch süß. Das ist doch süß, sie sieht aus wie ein Schämen. Ich hab zwar keinen Raumanzug, Leute. Also so. Sollte mich jemand verheften, die Agape will mich nachmachen, ja? Kann man auch Dennis verdächtigen. Wenn jemand indirekt über mich redet, dass ich einen Generellanzug anhabe. Moment. Ja, Nils rennt jetzt genauso rum wie ich. Kenn schon von Dennis. Du willst doch nur, dass ich diesmal verknackt werde, wenn du wieder scheiße passt. Ja, why not? Mach doch Spaß. Jetzt immer wieder. Ja! 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 Nee, ich mach... Du hast doch noch eine Weile, oder? Ja! 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 Ich mach' der Gute auf, ne? Nee! Ja! Dann starte ich mal! Und der Heiligestein! Let's go! Let's go! Ich bin wieder Arbeiter. Ich liebe es Arbeiter zu sein. Da kann man arbeiten. Warum folgst du mir? Ja, das war's. Ich hätte sterben können. Also ist Nioh schonmal nichts Hass. Ich hasse dieses Ding. Ja! Ich leiste dir einfach mal ein Gesicht. Warte, ich geh raus. Warte, ich geh weg. Hör weg. Den, der auf den Paddel zu rücken ist, oh man, ich meine, nicht gut. Da verdächtet man sich nochmal. Ach, geführt. So, Benzen. Mad Bay. Oh. Ich habe den Fuchs in Mad Bay gefunden. Wow. Okay. Du warst überhaupt nicht unterwegs. Ich war gerade bei Electrical drin gewesen. Und ich war bei Ellie gewesen. Ne, also sie kann es auch nicht gewesen sein. Also wir sind uns eigentlich alle irgendwie im Weg gelaufen. Also bei Electrical vor allem. Ja. Na, ich hab da drei Tasks hintereinander. Das ist der Hammer. Ah, ich war zuletzt jetzt Shields und bin dann zu Ur2 hoch. Und das letzte Mal, was ich dich gesehen habe, warst du halt bei Admin drin hier. So Upload und dann diese Kartenscheiße. Meine Vermutung, Fuchs wurde getötet und derjenige ist dann gewendet und ist dann irgendwo anders wieder offgetaucht. Ne, ich kann man anholen. Ne, das kann man anholen. Ne, hätten wir uns nicht sehen. Ne, das kann man eine ganz andere Frage tun. Nils, Netflix report? Ne, das ist eigentlich ein nicht eher von sich selber? Ha, ha, ha. Aber ich war ja die ganze Zeit mit euch fast alle unterwegs. So, aber ich sag mal so. Verdächtig, also elli war bei mir gewesen weil dann ist wesentlich das problem ich war mit auf der anderen seite die ganze zeit unterwegs ja das problem ist jetzt also ich habe aktuell jetzt wirklich gerade robert und patrick ihr seid mir unsympathisch nein war ein spaß ich habe keine ahnung wer es ist also ich war zuletzt in communications gesagt aber ich habe es kann verwechseln zwar communication kameras security also irgendwie verhaspelst du dich gerade ich kann die räume nicht auseinanderhalten was du bist also ich werde erstmal skippen aber ich habe da so er wollte gerade sagen dennis er ist von medbay nach communications gewendet das kann alles sein ja ok rox das was hast du vor was ich gerade voll sass gemacht deswegen bist du recht sogar die räume verwechselt hat der patrick der patrick star navigations hallo navigations navigation pump urs So. Ist doch rake. Ist doch rake. So. Fertig. Und. Blauer Engine. Hoffeln. Danke. Keiner, oder? Keiner da. Oh, nöööööö. Ja, was sterben. Jung. Du. Was machst du hier? Hey. Machst du nicht eben noch. ich gehe mal den weg zurück wo er hängt nicht dass sie jetzt eine medbay umbringt meine view wieder an nein achso ist nur dennis irgendwie ist dennis für mich nicht sass ich weiß nicht wieso er ist für mich auch nichts hat dafür macht sie mal brav aufgaben offenbar gefunden was wo kommunikation und da unten ist interessant dass du wieder den report machst ich habe auch auf dem weg immer nur eigentlichkeiten getroffen bis auf patrick und du einmal ich habe die das mit den reagent glasern machen müssen da wenn ich jetzt gerade zurückgekommen bei euch da die zeit ja fast fertig war da habe ich auch gesehen hat ich gerade von der cafeteria und lower engine und reaktor gegangen bin um eigentlich zu suchen nach einer leiche weil ich habe meine tats alle fertig und ellie habe ich im cafeteria auch noch gesehen gehabt also ich war ganz für mich jetzt verdächtig echt nils du und patrick warum denn ich war ganz unten habe dann das mit den schlitz also da wo du diese flächen anklicken muss bin ich hoch gegangen und jetzt bin ich gerade in der cafeteria das war ich aber auch die mann oder nils ja aber da hätte es doch vielleicht inzwischen dazu kommunikations machen können und hätte es dann vielleicht sogar robert getötet gewesen wäre es hätte keiner mitgekriegt weil keiner unten war oder oder elli tut nur so unschuldig und ist aber ein meister ich habe das gemacht ich weiß aber nicht mehr in welchem raum ich jetzt habe ich aufgepasst also das letzte mal wo ich gesehen habe was für den cafete hier da habe ich vielleicht ein besucher bekommen an der wand die electrical task ja danach bin ich da kam patrick grad von oben irgendwo aus der ecke na genau da war ich gerade bei der aufgabe diesen schilds oder ja und wir können ja noch eine runde können wir ja noch geben ist ja nicht das problem ja aber so langsam wird verhärtet sich so wir werden es noch erleben ecke folge magst du für volksmetric ich habe nur tags zu machen aber ich bin noch nicht ganz fertig fast aber nicht ganz er ist gerade in der küche so da kann ich mal die mörder aufklären Prozent 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und wer war's nun? Ey, das ist doch so unfair. Nils und Dennis klebt mir die ganze Zeit am Arsch. Natürlich kann ich das machen. Ja, also, da kann ich wirklich sagen, ich war mit meinem Taschen. Das war ja der Plan. Das war's. Oh, ihr seid mal so, ihr Mann, Alter. Ich war richtig. Ich war einfach nur richtig. Ja, mein Verdacht hat sich damit aber nur bestätigt. Ich hab's gewusst, Patrick, Alter. Ich hatte schon so eine... Aber Robert war schon lange tot. Ich hab einfach dreimal die Runde um die Web gemacht. Ja, ich hab mich schon gewundert, warum mich niemand findet. Hallo? Ich hab da auch in der ersten Runde gefunden. Das war's. Das war's. Und deine war leicht, war eigentlich offensichtlich in Navigation. Wenn man den... Eine So ist in Navigations gegangen. Wie geil. Aber, Nils, geile Taktik. Erstmal schön observieren. Der hätte einfach gekillt, der andere hätte sofort mitgekriegt. Observieren und Leibwächter sein. Und, Ali? Hm? Kommen Sie gut klar, Ali? Ja, mach halt Tasks. Ja, wenn du halt Probleme hast, musst du einmal Bescheid sagen. Ja. Äh, Benzweger, ich bin jetzt in Taktik. Ihr hättet, ähm, ihr hättet Taktik nicht mehr aus dem Hausfall. Äh, was gebracht. Wie bitte? Ja, Strom, äh, Strom ausschalten. Achso, ja. Na, ich mach, ich mach bei Sabotage eigentlich immer nur Reaktoren. Dabei. Wenn er denn aber trotzdem, äh, einen von uns gekillt hätte. Und dann etwas näher ran. Wär er sowieso klar gewesen. Wir haben doch, jetzt hast du eine schöne Krone mit Ohren. Na los, Eki ist ein Teddybär. Ja. Ein Teddybär mit Krone. So, Steven, hau rein. Auf zur nächsten Runde. Der Pompär hatte immer eine Krone auf. Jo, Mann. Das war so in die Richtung, ja. Hallo, Roxy. Das war so in die Richtung. Not bad. Das hast du wirklich gut gemacht. Das klingt zu schnell. Ich bin gerade am Scannen und ihr findet die Leiche. Ich hab die Leiche neben, so ein bisschen an der linken, nee, rechten, untersten Ecke. Neben Communications. Lag nie. Hm. Ähm. Und ich muss sagen, auch, also ich kann's nicht glauben, aber ich hab halt wirklich jetzt Elli da runterlaufen sehen. Ich bin gerade zu electrical gelaufen. Ja, aber das ist ja der Weg dorthin. Also, ich hab dich ja bei O2, bist du... Ja, es war aber so lang. Dass sie aber auch einfach durchgelaufen ist. Ja, ja, aber es war halt die Einzige, die... Ich war in O2, hab dann Elli da runterlaufen sehen und dann bin ich halt runtergelaufen, um halt zu Edmund zu laufen. Und da hab ich dann die Leiche gesehen. Deswegen, das hat... Ähm, wenn das... Warte mal. Eine Sache stimmt aber nicht ganz. Weil, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade ungewollt jetzt Elli verteidige, aber du müsstest erst richtig rein, um zu gucken, ob dort eine Leiche ist. Die siehst du nicht, wenn die wirklich unten links ist... Ja, die ist halt da, ich weiß nicht, die Leiche zu sehen. Die ist halt kein Raum, NATO, aber schon längst auf dem Weg zur electrical geht. gewesen sein. Aber die ist da in keinem Raum, die ist da direkt auf dieser Brücke oder was es da ist? Bei Shields ist das gewesen. Gebt doch zu, Patrick's Self-Report. Nee, im Mund. Nee, nicht. Aber... Okay, kurze Frage. Wo hast du das Elli zuletzt gesehen? Na, in dem Flur zwischen O2 und Navigation. Ich sehe halt runtergelaufen. Ja. Bist du da straight hinterhergelaufen? Nein, ich habe dann die Aufgabe erst mal mit O2 gemacht. Da diese Blätter einsaugen da. Und danach bin ich dann runtergelaufen. Es war... Ich habe halt nur Elli gesehen. Ich finde, dass Elli es nicht. Aber es geht rein. Es kann aber auch sein, dass... Das musst du dir nun betrachten. Elli... Ähm... Mir hätte das auch schon eher tot sein können. Stevie, ich habe doch nicht gesagt, dass sie es ist, sondern ich habe nur gesagt, dass ich es zuletzt gesehen habe. All right, jetzt habe ich ihn hier geschossen jetzt irgendwie nicht. Indirekt, habe ich jetzt gesagt. Aber... Es gibt... Mir kam keine Frage. Es gibt auch... Ich war in Mad Bay am Scannen und dann kam der Report. So, und Dennis... Ich war für Petri. Ich habe Dennis mich getraut, habe erwartet, bis er die Swipe-Card Mission fertig hatte. Und bin dann runtergegangen. Ich habe ja schon gewohnt. Dann hattest du Schiss. Ja, egal. Ey, ich traue dir. Elli! Ja, wenn du sagst, ich bin dann... Ich habe doch... Ich habe doch nicht mit einem Wort gesagt, dass du es bist. Ich habe nur gesagt, dass ich es zuletzt gesehen habe. Pass aber, nee. Wir denken einfach mal dran, dass Patrick und wir das sind. Meine Geisterhand. Jo. Ja. 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 So. go do something else dennis ist gut man wer hat gefunden okay ich habe mir gedacht bevor ich gar nicht heute kommen konnte ich jetzt für eine stunde spielen ich kann aber für dich da müsstet ihr aber die anderen mir versprechen dass keiner jetzt in stream guckt feminina kann ich ja mal schnellen stream starten wer lief denn wer lief dir kam dir irgendwer entgegen okay wo war denn die leiche reaktor also kurz bevor man in reaktor reingeht zwischen security und der gang ja da gleich davor so also ich war in der nähe gebe zu aber ich war kaffeteria medbay habe ich die olle tats gemacht wird mit den fähigen und hatte schon fertig und wollte so upper engine da als erstes vollfilm patrick wo warst du zuletzt ich war jetzt bei communications da mache ich gerade upload da gibt es keinen mann ich gucke auf die karte da gibt es wirklich kein wenn da sieht man auf der karte patrick macht jetzt das tor die frage fragen und jetzt war ich bin ich bin nach dem reaktor bin ich zu medbay die fläche machen und wollte gerade rüber oder dann sind medbay die fläche machen und dann bin ich glaube richtung kaffeteria richtung navigation genau robert kannst du vergessen ich war wirklich wenn ich auf medbay und bin richtiger du kannst du weißt doch gar nicht anders war ich wort wenn er habe die fläschchen angefangen habe das da weiter drauf lassen und bin dann gleich rüber kaffeteria navigation und damit der letzten tats zu machen wir bemerken und wir merken uns mal eine sache wir dürfen nicht vergessen wie seltsam da das gespräch vorhin zwischen patrick und ellie war diese diese erklären das hat ja eine vermutung angestellt und ja ellie war wo angeblich auf dem weg zur elektrik wir dürfen nicht vergessen also ich habe immer noch ein paar dacht und davon gehe ich zumindest aus aber wir wissen mehr sobald wir wissen wer als nächster stoppt äh sehr äh ä Tee hee 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 Tee hee 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 Oh, wenn sie den noch tötet ey Also doch, Elli Also doch, Elli Dementsprechend sage ich jetzt mal so Es gibt keinen Weltenbeschutz mehr Ich schlag richtig Das einzige, was ich auf wirklich gedacht habe Ist Konkundulation Aber, Elli Der Satz, du kannst nicht lügen Stimmt wohl überhaupt nicht Weil das letzte Bei meiner Leiche war nämlich ein schöner Safety-Report Wollen wir eine andere Map machen? Ja, wir wechseln jetzt die Map Okay Auf welche Auf welche